Björn Höcke ist der neue Shootingstar der Linken. Dieser Mann muss Bundeskanzler werden. Der einst verfemte AfD-Rechtsaußen Björn Höcke avanciert zum neuen Star der Linken Szene. Wir sind einfach begeistert von diesem Mann, so unisoni die Meinung über den politischen Senkrechtstarter. Grund dafür ist eine Aktion des Zentrums für politische Schönheit. Ihnen gelang es nicht nur ein Holocaust-Denkmal vor dem Haus des AfD-Politikers zu platzieren, sondern ihn auszuspionieren und eine Gelprobe zu halten. Und dabei ist es herausgekommen, Björn Höcke ist kein richtiger Deutscher. Es ist natürlich rassistischer Blödsinn, wenn man glaubt, feststellen zu können, dass jemand genetisch bedingt Deutscher ist. Aber man kann natürlich feststellen, dass es kein Deutscher ist. Dialektik nennt man im Sozialismus diese Widerspruchsauflösung. Die Feststellung, dass Björn Höcke genetisch nicht Deutscher ist, hat letztlich in der linken Szene sogar zu noch größeren Unruhen geführt als in AfD-Kreisen. Wer deutsch ist, ist schuldig. Ihm haftet durch Geburt der ewige Makel der Holocaust-Schuld an. Angela Merkel ist Deutsche, sie ist schuldig. Horst Seehofer ist Deutscher, er ist schuldig. Auch Martin Schulz ist Deutscher, auch er ist schuldig. Christian Lindner, auch er ist Deutscher, er ist schuldig. Und außerdem noch Kapitalist. Ja, auch Claudia Roth und Sarah Wagenknacht, alle sind Deutsche und sie sind damit schuldig. Aber Björn Höcke wurde nicht als Deutscher geboren. Er ist frei von diesem Makel. Halleluja! Nur er ist frei von Schuld. Er ist unschuldig. Halleluja! Wer anderes als er sollte Deutschland in eine neue, glanzvolle Zukunft führen. Herr Schanz, alle sind zum Beispiel hier. Mittelpunkt ist ein, das ist hier zu Hause. Und irgendwie ist das wo man will, lege ich zum Beispiel. Auch das ein, das ist zu Hause. Und dann wird im Gesetz ein, das war richtig. Und dann wird das Wort nicht gesendet. адц Kilometer, und dann ist das Wort. Untertitelung des ZDF, 2020